Video Hm, nicht runterfallen. Oh, hier. 37 Öcken So, nachladen, ist geladen. Dann schauen wir mal. Ähm, Swoopelicious, wenn du ja auch so die ganzen alten, coolen Filme und so kennst. Ich überlege schon eine ganze Weile, dieser inoffizielle zweite Teil von Goonies, wo die Kids sich im Wald diese Kapsel bauen und dann ins Wälder fliegen, auf das Raumschiff, bla bla bla. Weißt du, wie der heißt? Und kennst du den? Weil die Kapsel erinnert mich da gerade dran, tatsächlich. Und, ähm, wir hatten es schon mal davon, vor kurzem. Aber mir fällt das ums Verrecken nicht ein, wie der hieß. Das war auch ein Steven Spielberg Film. Aber da war nicht so ein großes Trara wie um Goonies. Ich weiß nicht, es war so eine rote Kapsel, wo sie sich bauen. Aus so einer alten, ähm, Jahrmarktgondel. Wo sie dann so eine Blase um das Ding rummachen, ne, mit dem Laptop. Und dann fliegen die ins Weltall und finden so ein Raumschiff mit so coolen Aliens. Und dann leben halt voll das Abenteuer. Okay, muss ich jetzt ganz zurück wieder. Keine Abkürzung. Brauchen wir sie zu. Puff, kennst du nicht, ja? Nicht läuft in den nächsten Sekunden, kein Timeout. Wieder eine Funktion, die ich nicht kenne. Mir, ich wäre aufgeschmissen ohne dich. Aber ich glaube, das weißt du. Sag dir nichts, aber schade. Ich, ich, ich verstärke das Signal. Ja, ich kann dich hören. Ich komme jetzt zur Kolonie. Ich melde mich, wenn ich da bin. Muss jetzt leise sein. Ach ja, wir sind doch schon wieder hier. Okay, gut. Oh ja, wir müssen leise sein. Target Action. Ach Mist, ich weiß nicht, was das war. Hat mich verklinkt. Ach so. Ja, aber für dich läuft in den nächsten 60 Sekunden kein Timeout. Klingt schon mal positiv, würde ich sagen, ne? Wie so eine Sondergenehmigung, viel zu schreiben. Weil da gibt es ja halt natürlich dieses Limit, ne? Zeichen Limit, nicht so viel schreiben und nicht so viele Nachrichten nacheinander und bla bla bla. Vielleicht ist es dann mit außer Kraft gesetzt. Kann er jetzt für 60 Sekunden lang spammen? Er oder sie, keine Ahnung. Ne, ist doch gut. Ähm, äh, ich wollte sagen, kurz AFK und bin verrutscht, weil Hund zwischen den Beinen das Permitting ist für links. Ah, okay. Okay. Ja, dann. Hau rein. Ein R. Alles klar. Alles klar mir, dann, äh, bis. Gleich. So, können wir doch hier jetzt auch drüber gehen. Können wir denn die auch von oben töten? Oh, ho, ho, ho. Haha. Aber mit Handykacke zu spammen, ja, ist richtig. Das ist richtig. Oh, cool. Ich weiß, ich freue mich zu früh, aber irgendwie kommen wir hier gerade gut durch. Mal gucken, wie lang. Oh, dann ist er schon wieder halb 10. Da passiert gerade was. Irgendwo. Da. Badabum. Mächtiger Badabum. Badabum. Weil jetzt nehmen wir mit. Wie viel haben wir? 1900 erst. Hat sich angefangen, jetzt hätten wir schon so viel eingesammelt. Aber den war er nicht so. Ah ja, da war das. Okay. Müssen wir hier rum. Und bestimmt immer noch leise sein, aber... Scheint gerade zu gehen. Oh. Oh. Verdammt. Verdammt. Der hat nicht. Nein. Ah, zu spät. Der verwandelt sich gerade. Ah. Das Bein gestellt. Wieder da. Da ist er. Da ist er. Nachladen. Wichtig. Wichtig. Wichtig und richtig. So, hier ist immer noch zu. Gehen wir da lang. Wieder da. Scheiße. Ne, 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 ne. So war das nicht gemeint. Ja. Jetzt sind wir am Verkaufsautomat. Und haben nicht genug Kohle. 2, 7 war das, ne? Ja, 2, 7. Nö. Da spare ich jetzt drauf. Nein, nein, nein. Das war klassisch gejinxt. Gejinxt. Das sagt mir so jetzt nichts. Ich kenne mich nicht so aus in dieser Internetsprache. Gejinxt. Da komme ich jetzt an die Kisten ran oder gehen die wieder? Oh. Geil. Wegen Strom vielleicht. Yeah. Eigentlich kein gutes Zeichen, ne, wenn man jetzt so viel Munition und, ähm, Dingenskirchen einsammeln kann. Voller. Ah, alles voll. Alles voll, alles voll. Lass mal gucken. Guck mal hier, das brauchen wir doch schon mal nicht. Weg. Let it go. Let it go. Das sind alles in Akku-Sätze. Da haben wir noch Energy. Nehmen wir die Energy. Checken mal hier die Lage. Was wolltest du mir gerade sagen? Drei Schüsse und alternative Feuermodus-Gewolver und leer. Ja, ja, zwei sogar. Zwei sogar. Fünf Schuss pro, äh, Dingens. So, Inventar voll. In dieser Bedeutung ist Jinxed eine moderne Beschreibung für die alte Redewendung. Du sollst den Tag nicht vor dem Abend loben. Ah, verstehe. Geil. Hast du es gegoogelt? Klingt so nach Wikipedia-Text. So, wir haben zweimal Health Pack. Das heißt, wir können einmal die Leiste auffüllen. Wir mussten googeln. Geil. So, dann haben wir 18 Schuss für die kleine Schrotflinte. Wir haben 24 Schuss für die große Schrotflinte. Und wir haben 12, 24, 36, 48 für Revolver. Das klingt nach Spaß. Ja, ja, ja. Bildung Stream. Wir sind sehr vorbildlich hier. Bild dir deine Meinung, sag ich mal. So. Motor bedienen. Abfahrt. Oh, der hätte mir jetzt reagieren müssen. Mir. Mit Abfahrt. Oh, schnell. Oh, nicht gut. Das ist ja gleich die Waffen. Du bist doch nicht alt. Nur langsam. Guck mal, Energie ist schon fast weg. Alter, ich hänge hier gerade in so einer ziemlich... ...intensanten Situation. Ha. Das wäre mein Kopf gewesen. Oh, nochmal das Ganze. Die Leute. Aber gut. Jetzt wissen wir, was wir... ...holen können. Kriegen können. Das heißt, wir können... ...na zumindest mal das verhökern. Hm. Sollen wir vielleicht... ...bisschen Lebensenergie... ...kaufen. Aber 500 ist viel. Ach, das schaffen wir so. Zügen war die gute Waffe. Vier Schuss halt. Ne, wir bleiben beim Revolver. So. Okay. Aber neu ist. So. Kurz die Lage checken. Flinden. Muni. Akkus dazu brauchen wir nicht. Kann direkt weg. Halt. Äh. Äh. Hier. Ähm. Da. Let it go. Let it go. Damn. Brauchen wir nicht Akkus. Hier. Energy. Energy. Musst ja gleich immer so viel nehmen. Äh. Hier. Das. Weg. Das. Äh. Muss man mal überlegen. Nehmen wir Munition. Nein. Gesundheitsgedöns auf jeden Fall. Ja. Munition hat auch genommen. Okay. Was sind das eigentlich für Geräusche? Das waren doch vorhin nicht. Kann ich alles nicht gebrauchen. Ist auch voll. So. Lass mal kurz überlegen, wo wir uns positionieren, wenn wir losfahren. Dass er nicht hinterrücks überrascht werden. Ich glaube hier die Ecke wäre ganz cool. Dann können wir hier schön rausballern. Jawoll. Okay. Kein Strom. Okay. Abfahrt. Da war es wieder. Es geht los. Schneller. 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 Finch infiziert Du meinst American Pie Den Heimscheißer Also wenn es ums Heimscheißen geht Bin ich dabei Oh Das hat doch die ganze Zeit gereicht mit einem Schuss Achso Abfahrt von Finch Ne weiß ich nicht was es ist Wir haben hier So Sound Alerts wo du starten kannst Und da ist Abfahrt dabei Das nehmen wir gerne wenn ich am Forza streamen bin Oh 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 Alter wie solls nachladen Oh oh Hörst du auf Aua Keine Mini mehr Okay dann nehmen wir die Knarre Und Oh nein da kommt es neiner Verdammt Stör mich nicht Das genau Verdammt Nein Achso die Kontrolle habe ich gesehen Ja Gerade vor Kurzem erst Zwei Wochen Vielleicht drei Wochen Der war gar nicht schlecht Muss ich gestehen Oh alter wieder das ganze Ehrlich ja Ehrlich Das wusste ich Das wusste ich Das ist von Von Und Dann habe ich einfach so ein paar Dinger hinzugefügt Siehste mal Ich sage ja Ich kenne mich überhaupt nicht aus Ich bin einfach nur Da Und zocke Jetzt wieder alles einsammeln Und dann geht es wieder Abfahrt Sammeln wieder alles ein Komm hier Pack ein Pack ein Oh Nein Nein Voll ist nicht gut So Okay Gucken wir was wir hier noch mitnehmen können Energie wäre schon geil Munition aber auch Oder Hallo Dann gehen wir auch nicht mehr Okay Mal eben gucken Ja Das geht schon Okay Kurz checken Alles geladen Soweit 46 Schuss habe ich verballert Durch die blöde Explosivgeschosse Es geht los Es geht los Okay Gucken wir mal Ob wir so schießen können Oh cool Diese Bauen wir nicht so viel Schuss Was geht denn los Jetzt kommen sie hier Komm Der Mann jetzt Schwarm Gestillt Gestillte Stimmt Das wäre optimal gewesen Hier Oh Mäla 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 Chests Dirk behavi Jäge Jäge Super Jäge 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 been Okay Sieht ganz gut aus Sollen wir anfangen Zu zerquetschen Oh ne So, ich glaub die Money ist leer Wow Oh Schneller nachladen, schneller nachladen War hier nicht Gewoll bei Money Ne Was auf diese Credits Was Achso Der Computer redet Na, nix von Das war von ihm, ja Nein, nein, nein Ich bin noch nicht so weit Oh Der sieht nicht gut aus Das riecht noch Ärger Doch Oh, wow, wow Lass mich nachladen Alter Was stimmen wir denn nicht Oh, wow, wow Jo Langer Arm des Gesetzes Ehrlich? Ehrlich? Ne Oh, heute bin ich verarscht Weg hier Ich dachte, da kommt jetzt ein Finisher Vielleicht muss ich hinter ihn Und dann von hinten an stechen So, schnell 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 Kugelig Kaputt, alter Nein, nein, nein Nein, nein Nein Oh Gott, alter Schnell Energy Und weiter Lass mich, lass mich, lass mich Ja, lass mich doch mal Ich haue dir aufs Maul Nein So, zerstückelt man richtig Oh, jetzt aber nicht alles nochmal Dafür ist es zu spät, echt Gut Der verteilt Schellen Bud Spencer Oh shit Ein Engel dagegen Ja, ja, ja Ich gehe ja schon Bin ja froh, dass er wenigstens beim Rennen nachlädt Das ist ja bei anderen Spielen Nicht immer so der Fall Lauf, 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 Forrest Oh nee Ich hatte doch noch so viel Energie Ich brauche Volver Munition Dringend Yo, alter Kann sein, dass er immer schneller wird Gleich wieder tot Ja, gut Ja, ich muss hier irgendwie mir mal Energie rein dubeln Okay Oh, alter Fuck 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 Doch eine plattformkante fernhalten muss ich den etwa hier rein schubsen ich hab ihn ja schon verkündet mit dem stopp alter der kann nicht weit schlagen das kann ja wohl nicht angehen fast vollmond ja der sübel ich habe auch keine revolver munition oder oder haben die das für mich aufgeholt nein und lauf doch und weg oh das habe ich erschrocken dricksack war doch beim ersten mal nicht so schwer und weg und weg und weg und weg und weg nachladen nicht vergessen nein 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 rennen oh fuck da jawoll scheiße man das war krass daran gedanke gleich mal klippen hier nichts nichts mehr zum einsammeln zu normal auf wird es ist das ja was magisches sieht nicht so aus stück abgebrochen so hat er gerade gespeichert hat sie mir gesehen bestimmt nicht beachtet darauf okay am nächsten speicherpunkt da ist er schon da hat er gespeichert ich hoffe der chat funktioniert weil ich teste gar kein handy einstecken na egal wir gucken einfach mal ja dann können wir uns auf jeden fall schon mal darauf freuen dass wir das diese woche zu ende kriegen das spiel vielleicht ja schon heute keine ahnung wie viel zeit da noch drin ist aber wir haben zehn stunden 40 oder so und das soll ja elf stunden zwölf stunden gehen und daher lassen wir uns einfach mal überraschen gucken wir mal cutscene und dann geht's um und dann geht's um